So viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem Leben. Sie üben einen Beruf aus, der sie nicht erfüllt, geben sich mit einem Einkommen zufrieden, mit dem sie aber nicht auskommen und kommen oft selbst mit sich nicht klar. Sie finden sich zu dick oder zu hässlich und werden sehr oft von starken Minderwertigkeitskomplexen geplagt. Der eine fühlt sich einsam und der andere steckt ständig in Beziehungskonflikten. Hinzu kommen Stress, Schmerzen oder Krankheiten. Immer mehr Menschen fühlen sich chronisch erschöpft und eine Pleite folgt der anderen. Es werden jeden Tag mehr Personen, die sich in einem mehr oder weniger bedrohlichen Zustand befinden. Und nicht selten gehen wir in seiner Problemlösung einfach den falschen Weg. Das alles aber muss nicht sein. Jeder Mensch hat eine Art Navigationssystem in seinem Kopf. Sind die darin enthaltenen mentalen Landkarten auf Glück und Erfolg programmiert, verändert sich dein ganzes Leben. Du erlebst auf einmal, wie ruhig und entspannt man das Leben genießen kann. Du gelangst von einem Höhepunkt zum anderen und wirst Dinge erreichen, von denen du vielleicht bisher kaum zu träumen gewagt hast. Ganz gleich, ob du auf der Suche bist nach deinem Traumpartner, ein schönes Haus besitzen möchtest oder ob du die schönsten Länder bereisen willst. Durch die Neuprogrammierung deines mentalen Navigationssystems wird dein Leben eine neue Richtung nehmen. Und ganz gleich, was du für Ziele hast. Mithilfe des mentalen Navigationssystems kannst du sie erreichen. Spielerisch und mit unbändiger Lebensfreude. Hallo, ich bin Volker Kneer und ich möchte dir heute das kraftvollste Seminar vorstellen, das ich jemals entwickelt und unterrichtet habe, das IKS Mastertraining. Ich habe das IKS Mastertraining vor über 13 Jahren entwickelt und Jahr für Jahr und Seminar für Seminar optimiert und weiterentwickelt. Und nach Aussagen unserer Teilnehmer ist das IKS Mastertraining wohl eines der besten und intensivsten mentalen Persönlichkeits- und Erfolgstrainings am Abend. Es geht in diesem Training darum, Meister seines Lebens zu werden und ein rundherum selbstbestimmtes Leben zu führen. Ziel des Seminars ist es, Methoden und Strategien an dich weiterzugeben und dich dabei zu unterstützen, mehr Geld, mehr Gesundheit, mehr Energie, Power und Vitalität, mehr Persönlichkeit, ein stärkeres Selbstbild und natürlich auch mehr Glück und Erfolg in allen Lebenslagen zu erreichen. Im IKS Mastertraining zeige ich dir die größtenteils geheimen, universellen Gesetzmäßigkeiten des Lebens und wie du diese nutzen und steuern kannst, um alle deine Ziele schnell und effektiv zu erreichen. Du wirst durch das IKS Mastertraining in der Lage sein, dein Leben grundlegend auf den Kopf zu stellen und du wirst Dinge erreichen, die du heute noch nicht einmal zu träumen wagen würdest. Möglich wird diese Veränderung durch die Neuprogrammierung deines mentalen Navigationssystems. Jeder Mensch hat ein solches Navigationssystem in seinem Kopf, doch nur ganz wenige sind in der Lage, dieses System auf Glück und Erfolg zu programmieren. Sobald du jedoch das Geheimnis deines mentalen Navigationssystems kennst und in der Lage bist, dieses auf deine Ziele hin zu programmieren, ist Zielverfehlung unmöglich. Du wirst in der Lage sein, endlich das Leben zu führen, das du dir schon immer gewünscht hast. Im IKS Mastertraining geht es aber noch um viel mehr, nämlich darum, Meister zu werden über die zwölf wichtigsten Lebensbereiche. Diese sind unter anderem 1. über den Beruf 2. Geld, Einkommen und Finanzen 3. Regeneration und Entspannung 4. Deine Persönlichkeit und persönliche Weiterentwicklung 5. Gesundheit, Vitalität, Energie, Power und Fitness 6. Deinen mental-emotionalen Zustand 7. Deine Beziehung, deine Ehe oder Partnerschaft 8. Deine familiäre Situation 9. Beziehungen, Freunde und Kontakte 10. Wohnsituation und Heim 11. Hobbys und Freizeitgestaltung 12. Bewusstsein und Spiritualität Im IKS Mastertraining geht es aber nicht nur darum, das notwendige Wissen zu bekommen, um ein rundherum erfülltes Leben zu führen. Viel, viel wichtiger ist, das erworbene Wissen auch umzusetzen. Theoretiker gibt es da draußen ja wirklich zu Genüge. Wir wollen gemeinsam die Dinge auch praktisch umsetzen. Deshalb lernst du unter anderem, wie man Ziele setzt, wie man einen echten Masterplan entwickelt, wie man eine erfolgreiche Strategie aufbaut und diese dann auch umsetzt, wie man wirklich ins Handeln kommt, Vermeidungsstrategien loslässt und all die Gewohnheiten und Überzeugungen schnell und effektiv verändert, wie man bis zur Zielerreichung wirklich am Ball bleibt. Dann lernst du 22 Methoden kennen, um dich jederzeit in jedem Ort in einen absoluten Top-Zustand zu bringen und du lernst verschiedene Techniken kennen, dich von mentalen, emotionalen und auch physischen Schmerzen zu befreien. Der wichtigste Teil des IKS Mastertrainings besteht aber darin, dich selbst als den wichtigsten Menschen in deinem Leben zu erkennen. Denn erst wenn du mit dir selbst wirklich klarkommst, kann dein Leben ein echtes Meisterwerk werden. Die Inhalte werden in diesem Seminar auf eine wirklich leicht verständliche und auch sehr humorvolle Art und Weise vermittelt. Besonders viel Wert haben wir dabei auf die praktische Umsetzung gelegt. Alles, was du erlernst in diesem IKS Mastertraining, ist sofort spürbar, sofort umsetzbar mit sofortigen Ergebnissen. Und damit der Transfer in den Alltag auch wirklich gut gelingt, begleiten wir dich über 21 Tage nach dem Seminar per E-Mail ohne zusätzliche Gebühren. Für die praktische Umsetzung der Masterinhalte benötigst du übrigens nur maximal 15 Minuten Zeit zusätzlich im Tag und die hat wirklich jeder zur Verfügung. Und nun kommt das Allerbeste. Wir sind so überzeugt vom IKS Mastertraining, dass wir dir eine Geld-zurück-Garantie anbieten. Wenn deiner Ansicht nach das Seminar sein Geld nicht wert ist und dir die Methoden bei korrekter Anwendung keinen Erfolg bringen, bezahlen wir dir dein Geld zurück. Garantiert! Bevor du dich anmeldest, lese dir in aller Ruhe den folgenden Text durch und auch das begeisterte Seminarteilnehmer über das ganz besondere Seminar berichten. Wir sehen uns im Seminar. Bis dahin viel Glück, Erfolg, Begeisterung und Lebensfreude. Dein Volker Kneer Bis dahin viel Glück,